Musik Geht doch wie von selbst, Werner. Geht doch wie von selbst, Werner. Und mit dem Ritter war er noch. Ach, war genug. Was denn? Boah, der ging gar nicht raus. Ah. Ach so, ja. Ich bin ja gar nicht rausgegangen. Ich fahr jetzt mal an, ich zitter, boah. Boah, ganz ruhig. Ja, ja. Ich bin ja gar nicht rausgegangen sonst. Ich bin voll gebremst und dann hebt er ab. Ja. Ja, der ist eigentlich der Kwerruder viel zu dichter. Viel zu dichter. Alles gut, Werner. Alles gut. Alles gut. Die Höhe ist sehr gut. War das der Halbgas? Viertel. Viertel, ja. Du musst immer ein bisschen reinkommen. Ja, alles gut. Soll ich in den Fahrwerk reinfahren irgendwo? Ab weg. Wartste? Gut. Hey, schnell genug, ihr seid gut. Ah, ruhig, verfliegt ja auch mit Viertelgast. Schön fliegt das, oder? Ja. Ja. Wie sieht aus, als wenn das Fahrwerk noch draußen wird. Ich sehe sofort. Ja, das Fahrwerk ist noch draußen. Ja, das Fahrwerk ist noch draußen. Ja, das Fahrwerk ist noch draußen. Eben war es noch draußen. Komm mal rum. Machen wir mal gucken. Jetzt ist weg. Jetzt ist alles weg. Alles zu. Genau. Alles gut. Alles gut. Und jetzt ist alles gut. Wir sind weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weitertitelung des ZDF, 2020 Das war's, geh mal durch. Wie heißt das? Büchse natt. Büchse natt, nix von natt. Fliegt doch wie ein Anfängermodell. Der Ruder weniger und Lenkung noch weniger. So, Werner, das Erstflug ist jetzt beendet.